was geht leute mein name lautet willkommen zu einem neuen video hier call of duty advanced warfare zu einem neuen part des road to command das ist die zehnte episode jetzt ja 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 wer die andere passt hat link in der beschreibung sagt mal hallo hallo sagt noch mal hallo sagt zweimal hallo ok gut ich muss sagen ich habe bock auf abschluss bestätigt noch mal ich liebe abschluss bestätigt einfach ich kann es nicht sagen ich das ist mein absoluter lieblingsspiel modus dein lieblings map nein ich kann euch auf jeden fall sagen ich halte schon mal bei mir ab und schaltet morgen wieder ja von der dna bomb bist du noch weit entfernt im moment moment ist auch noch weit entfernt von einer faust aber das kann sich schnell ändern so dann werden wir jetzt mal hier gewinnen wir sind verlieren lol ja natürlich habe ich so gestört manchmal meine tode alter aber das ist so eine verfluchte map habe ich das gefühl weißt du diese map bist du richtig verflucht ohne scheiß jetzt ja die ist verflucht scheiße hast du recht oder sind ok nee die ist echt richtig schlecht die map oh mein gott was und wir sind wieder am verlieren ja denke wir sind ja eine runde reingekommen die schon am dusen war ja ich weiß aber trotzdem so habe ich mich erschrocken ach man auf dieser map ist einfach oh mein gott gegen hat so einen komischen beschissenen panzer alter oh was ist das denn oh alter auf einmal kommt da so ein ding auf mich zu ja auf mich auch dadurch bin ich auch gestorben ja was ist das denn ich sterbe die ganze zeit diese map ist so ein horro alter oh mein gott digga das ding ist ja übel op äh ja was kommt da für riesen 4 auf mich zugetraben oh man oh digga ich sterbe die ganze zeit ich krieg's nicht hin ich krieg's hier nicht auf die reihe ich auch nicht mir geht's nicht besser als dir glaube ich mal diese map ist ja auch eine katastrophe oh mein gott äh ok das wird glaube ich nix heute noch heute mehr das wird glaube ich nix wie meinst du das ja ich krieg kein kills ich bin 1 zu 7 ich hab 1 zu 7 ja digga ich hab auch manchmal so äh ja aber digga das hatte ich nie noch nie ja hast du pech jetzt ne ach man ich töte einen und sterbe direkt das ist so lieb so lieb ja so lieb ich krieg keine kills wow mein zweiter kill 8 tode ich krieg keine kills ihr seht's gerade ich fasse unfair wir sind auch so komisch reingejoint und so fand ich auch richtig scheiße ja digga das hat aber nichts damit zu tun dass du keine kills bekommst doch schon alter ah ok das ist der kill glitch ne dann kriegt man keinen kills digga ich sterbe die ganze zeit ist für mich nicht möglich ich glaube ich geh einfach afk afk ja digga ich hab kein bock ohne scheiß er spielt lol alter gebt einfach afk armk afk jetzt haben wir wieder ne scheiß feindliche aufgehungsrunde hatte noch nie so ne schlechte runde ich bin 3 zu 10 hatte noch nie so ne schlechte runde das ist meine erste richtig schlechte runde hier wow heiße das hat mich zu schnell gesehen obwohl ich an den krupp beigezieht bin freunde ich krieg nix hin hab 4 zu 12 ich krieg einfach nix hin in diesem part irgendwie ja digga jeder hat ein paar schlechte parts ne ja aber das erwartet das ist spiel ich normalerweise nicht ich weiß nicht was los ist ja digga ich bei mir ist es ja auch so im road to commander meistens überall verkacken wenn ich alleine spiele läuft soll ich dazu sagen nee bei mir ich bin kack auch manchmal wenn ich privat spiele aber also nicht so jetzt gerade aber so wie ich manchmal hier 7 zu 16 oder so hau rein alter das hab ich normalerweise privat nicht guck mal ich spawne vor mir ich denk das ist einfach ein mate ich denk einfach das sind mate Freunde digga ich kann dir grad nix machen ich glaub ich geb auf alter jetzt ohne scheiß es hat keinen sinn weil wenn ich noch weiter spiele dann ist es für mich noch schlimmer das ist für mich grad ein horror ich kann das geht nicht für mich rage quit oh mein gott ohhhh scheiße mal gucken wie sehr ich hab oben verkackt ich hab nix hinbekommen diese runde ja aber wie gesagt das ist manchmal so Freunde oh ich steh wenigstens positiv ohhhh scheiße hab nix hinbekommen ich weiß nicht woran es lag wow guck mal die connection an alter jetzt ist wieder gut eben roter punkt das war das erste mal dass ich negativ war ne wo kann ich eigentlich meine ähm meine kd sehen ähm in der dings warte kann ich ja sagen warte einsatzleiter ich lag so sehr dass ich nicht mehr aus der lobby kann und kampfakte 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 so äh wo seh ich das jetzt ich hab ne 0,9er momentan ich hab ne 1,51er ok nice gut Freunde dann würde ich sagen sieg niederlageverhältnis warte sieg niederlageverhältnis 0,5 echt ja was hast du ja Digga ich hab bestimmt dasselbe wie du warte ja schau mal bitte nach 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5